Herr Schöneburg, wenn Sie schon anfangen, über Gewalt auch gerade auf Schulhöfen hier zu referieren und über die Zunahme von Gewaltkriminalität bzw. von Hasskriminalität gegen Minderheiten, dann sind Sie doch vielleicht auch mal so freundlich und klären uns darüber auf, aus welchen Gruppen diese Gewalt hervorgeht, welche Nationalität Sie haben bzw. welche Herkunft Sie haben, diese Sachen können wir alle in der polizeilichen Kriminalstatistik nachlesen, das haben wir alles schon mehrfach durchgekaut und da brauchen wir von Ihnen überhaupt keine Belehrung.